Was geht ab Leute, wir sind hier mit Emre und BZ und Rasha natürlich und mit meiner Wenigkeit und heute sehen wir, ob ihr Icon 6 reinkommt oder ob ihr doch besser Tischtennis AG gebt. Oder ob ihr ein Wissig bleibt. Wissig. Genau. Wissig, King oder Wissig? Genau, so wir machen das Format heute weiter, ist auch ein sehr beliebtes Format. Ja. Wir müssen aber streng sein, Bruder. Du bist in die Top 8 gekommen, du warst öfter schon bei Icon, du hast dich auch selber stets weiterentwickelt. Du weißt, bei wem vielleicht eine Entwicklung sein könnte und dann sagst du, ey, ich finde, der verdient einen Code, der sollte umsonst teilnehmen. Cousin, der ist Icon Urgestein, der war Icon da, da waren wir nicht da. Ja, stimmt. Da war der Name Grille und so. Ja, aber Bruder, ich weiß, glaube ich, wirklich, also alles jetzt drum und dran. Ja, ja, safe. So, was man machen muss, womit man erfolgreich wird, man hat so ein mieses Gefühl dafür. Genau. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go, Chad, ihr stimmt mit, ob Code oder Tod. Let's go. Das ist so, der versucht, der hat dieses Straßenoutfit, die Attitüde ist da. So, aber... Hola, Mehmet, sorry. Das ist leider nichts. Oder ja. Ich wusste nicht, dass das sowas war. Aber bewirb dich trotzdem vielleicht mit was anderem so. Mal gucken. Ja. Ich fühle mich leer. Guck mal, bei ihm gibt's eine Sache, die richtig gut ist und eine Sache, die mir nicht gefällt. Okay. Okay. Die einzelnen Elemente, die der reinbringt, die mit diese Kopfstimme und sonst was, wie der das bedient ist, super. Ja. Aber so wiederum, so textlich sind das Sachen, die du schon gehört hast, diese Semmer-Thematik und da und wie. Gesicht, du mich nicht. Weißt du, genau. Ist sehr ausgelutscht. Ja. So, weißt du. Aber sonst an sich war der gut. Bruder, der hat halt, was ich sagen kann ist, ich weiß nicht, wie der reinknallen könnte, weil, Bruder, ich glaube, der kann auch live so singen. Das ist halt die Sache, ne? Ich habe diese Autoteam-Erfahrung so schon, glaube ich, Bruder, im Gefühl, dass ich sagen kann, er könnte das auch in echt. Okay. Ob das so gerade, so gerade ist, ne? Leute, guck mal, Eiken ist einfach real zu 100 Prozent, das wisst ihr. Das ist nicht bearbeitet und sonst was. Nur abgemischt am Ende. Aber ihr müsst gucken, ob das live auch knallt. Aber, Bruder, bei dem würde ich nicht sagen, ich würde den kicken oder so. Der hat auf jeden Fall was vor, Bruder. Ich würde den noch mir merken, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich würde den mir merken. Aber, Bruder, du bist ein guter Artist, selbst wenn du keinen Code kriegen solltest, bewirb dich. Sehr gerne. Ich kann mir auch vorstellen, was er für eine Art von Musik macht, also sein Vibe, was er vorhat. Weißt, was du meinst. Er soll auf jeden Fall eine Bewerbung schicken, aber versuch auf jeden Fall nochmal zwei, drei Schippen draufzulegen, ich sag mal so. Vor allem inhaltlich, also lyrisch. So. Brauch mehr Highlights ein und so weiter und so fort. Rennpunkt, es wird heiß und wir brauchen keine Vorwärmung, wie auf Sport1-Mitter, nass war der Sport-Sensor. Ich will Summen, die nicht passen auf einen Taschenrechner, lyrisch hochbegabt, doch war niemals Klassenwester. Du class Bitches, wenn ich will, kläre ich Krankenschwestern. Du zerfällst zur Asche, wir kippen mit dem Aschenbecher. Misch dem Beam mit Cola oder Energy, smoke a green, chill Eier in meinen Baggy Jeans. Du willst viel, doch du und bekommst Pedigree, schau die Lambe, fickt ein Deutschrap für ne Legacy. Sie kommen, wir chillen in den Hotels, brauchen ein Pop-Ans im Schrank. Sie riecht nach Coco Chanel und wird auf der Tampi schon. So wie in allen Baden sind wir beide spürt, aber du fährst das neuste Modell, wir fahren noch mit der Bahn. Sieh, so wie ich in Dresus lieb, so als wäre ich ein Modell. Mir gefällt es, wie du mir zu siehst, es dich auch verliebt in dein Code, dir liebt in dein Aussehen, ich verliebt in deine Dollars, meine Sinfonie, wenn ich heute mal bin. Ich muss sagen, das ist für den Code viel zu wenig, so das Niveau dieses Jahr ist Champions League. Ja, Leute, wir sind einfach ehrlich, valla billa, so, damit kommt, das ist, valla, das ist nix. Das ist leider Icon, das ist Icon 3 Niveau, Bruder. Bruder, das ist, Icon ist andere Liga, du, das wird ein. Icon 6 ist auch nicht mehr mit Icon 5 zu vergleichen. Es wird zerfetzt bei Icon 6. Das ist leider zu wenig, da muss auf jeden Fall 3 Schippen mehr drauf. Falscher Verein, schau mal, Minuspumpf, Dortmund muss hin. Das ist so ein rascher Stil, aber das ist auch so. Weißt du, was das ist? Rascher und Chabab gemixt? Bruder, ich feier, es gibt so, ich hab, es gibt einen Künstler, den werde ich bewusst nicht meinen Namen nennen. Der hat auf jeden Fall öffentlich mal so krank, wie ein Kranker der Störung hat gesungen, aber ich hab's gefeiert. Weil ich wusste, er macht's extra, aber er hat zu übertrieben. Okay. Egal, ich erwähne nicht seinen Namen. Kannst du ja privat sagen? Also, ich glaube, Bruder, fast keiner kennt den hier. Okay. Ja, genau. Kann ich privat sagen. Also, ich glaube, ihr werdet ihn nicht kennen. Also, er ist ganz, ganz, gar nicht berühmt, gar nicht berühmt. Auf jeden Fall. Und dieses Ding wird jetzt langsam zum Trend. Ja. Trikot. Aber überdings. Weißt du? Und Bruder, Chabab hat das schon heftig gemacht. Und Bruder, Handeltraffee? Okay, eigener Style. Also, eigener Style, aber nicht von ihm selber, Bruder. Ja, ja. Sehr inspiriert auf jeden Fall. Und das kommt im Turnier nicht die ganze Zeit durch, Bruder. Das ist das, Bruder. Ja. So. Das ist das, was du sagst. Also, selbst ein Chabab hat das nicht durchgezogen, Bruder. Guck mal, genau. Das ist das, was du sagst. Vielleicht, viele haben zum Beispiel bei dem einen gerade, wo wir gesagt haben, er war gut, ne? Vielleicht Code geschrieben, weil sich das gut angehört hat für den Moment. Aber langfristig sehen wir in dem so ein Starpotenzial, dass er es bis zum Ende schaffen können, nur verdient er ist. Genau. Ja oder nein? Weil Leute, dazu müssen wir sagen. Kann sein, dass er zur ersten Runde reinkommt, aber langfristig rausfliegt. Genau. Der Emre, BZ und ich sehen das jetzt gerade. Also, für mich, von meinem Gefühl kann ich nur sagen, ich bewerte so, ob du bei Eike nicht, dass du gewinnst, aber weit kommst. Ja. Für erste, zweite Runde könntest du vielleicht durchkommen, Gott weißt du. Weißt du, kann sein so. Normal. Vielleicht machst du noch einen anderen Hit oder auf einmal landest du wasch. Ja. Aber langfristig, man hat schon ein Gefühl, was durchkommen kann. So, bestes Beispiel warst du ja. Ja, du schon, Bruder. Dankeschön. An Truist nach Tasch und nach Baccaratrosch. Ich mach mit Hand an der Fluss. Red nicht, am Jab ist die TKI. Auf der Start bin bekannt, so wie Fentanyl. Abgewichste Kanak stichen zu wegen Haramés. Immer wenn das Parra fehlt, rote Augen, Canna B. Dribbel-Bälle, so wie Mbappé. Flucht vor Tahariya, nie mehr wieder vor dem Richterstuhl. Ripp dein Tonkamavi. Bin bekannt, weil ich Punkaschi. Ich bin so verwirrt, Bruder. Ich hätte es gar nicht erwartet. Bruder, erstens, mach nie wieder mehr so ein schlechtes Video. Ich sage dir so straight, weil deine Stimme war viel zu gut für das Video, Bruder. Du hättest ein viel cooleres Video machen sollen. Das war heute für mich der beste Bissage. Ja, valla. Aber code-würdig. Aber ich sage dir einfach mal. Ich bin gespannt, ob der auch so klingt. Ob der auch, ja, das ist das Ding. Ob er live das macht. Ja. Aber, Bruder, er ist ein maximaler Künstler, ne? Bruder, der eigentlich... Boah, es kam geil. Also, Valla, Bruder, du bist stark, auf jeden Fall. Also, du hast Ahnung von dem, was du machst. Man merkt das direkt. Aber mach bitte auf jeden Fall deine Videos viel cooler. Guck mal, das ist auch so eine Sache, Leute. Ganz kurz. Icon 6, glaub mir, ich weiß das einfach, die Jungs wissen das. Es wird zerfetzt. Bam, bam, bam. Bist du schlecht verkackst, bist du weg. So, es gibt keinen mehr. Der Arme, der... Gibt's nicht. Das Turnier ist zu krass für sowas. Für Mitleid. Geht, leider geht nicht. Ich wäre auch ein Typ. Denkst du, die schmeißen gerne Leute raus und sehen, wie die heulen zu Hause? Nein. Ja, valla. Aber, guckt, wie ihr euer Marketing macht. Guck mal, ich bin zu Eiken reingegangen. Bruder, ihr müsst TikToks drehen. Guck mal, der Bruder, wenn der krass ist, guck mal. Der hat so eine gute Stimme. Aber was macht der für ein Video? Ja. Weißt du? Das zählt auch zu einem Künstler. Ja. Guckt, wie ihr euch vermarktet. Kommt mit... Keine Ahnung, Bruder. Sagt, das ist mein Emoji. Das ist mein Aussehen. Das ist mein dies. Das ist mein das. Das kann ich auch sagen, Bruder. Ich war am Anfang nicht so. Ein Skandal kam mit seiner Maske. Skandalisten. Das, das, das. Bei... Zum Beispiel... Bei wem das später kam, war bei... Baré, Bruder. Baré. Das wurde zu einem Ding. Genau. Bei mir wurden diese Whistle und Lachkick-Dings. Aber so, Bruder. Kommt mit einem TikTok-Smiley rein. WhatsApp-Emoji. Setzt eure Trends. Seid eure eigene Charaktere. Ja, save. 100%. Zu einem Künstler gehört nicht nur die Stimme, Bruder. Auf jeden Fall. Ihr müsst Charakter sein. Wie krass ist das, wenn der jetzt irgendwas gezeigt hätte, was den ausmacht? Boah, okay. Das war der. Der, der so aussieht. Der so zeigt. Das wäre krass. Bruder, ich finde den krass. Ich würde mir den auf jeden Fall noch merken. Fürs Ende. Mal gucken, ob wir einen Besseren kriegen. Er ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. So, ich würde aber noch ein bisschen warten. Schick doch einfach die Audio-Datei rein, ja? Und mach Lip-Syncing. Für einen Kautz sehr wenig, Bruder. Bruder, nein, nein. Sehr, sehr. Ist halt nichts Neues, Bruder. Aber er soll sich trotzdem bewerben. Genau, aber nicht mit dem Stil. Also, man muss ja wesentlich mehr drauflegen. Ist halt so. Ich bin recht ehrlich, Bruder. Weil am Ende, der schickt rein, Bruder, dann, weißt du, so. Und ihr könnt uns das nicht übernehmen, Bruder. Wir machen ja nicht aus Spaß, dass wir Leute einfach sagen, ihr bewirbt euch nicht. Bruder, wir machen das, was wir denken. Oder er kriegt gerade Feedback umsonst und kann sich vielleicht besser bewerben. Warum nicht? Deine Freunde sind vielleicht nicht ehrlich, wir schon. So. Weißt du? Also, jetzt nicht bei dem auf alle bezogen. Einer schreibt, der Lied kommt mir bekannt vor. Den hatte Infinite benutzt bei diese Wadadadabang. Wadadadabang, ja. Nein, sehr, 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 sehr frisch noch. Alles. Aber wir wirken dich trotzdem. Versuch's. Die Meinung beruht natürlich nur darauf, ob ihr einen ICON6-Code bekommt. Das heißt nicht, dass bei den Kandidaten, wo wir sagen, nein, dass ihr nicht kommen müsst. Kommt trotzdem, aber es hat halt nur nicht dafür gereicht, dass ihr umsonst teilnehmen könnt. Guck mal, den Code wollen wir nur Leuten vergeben, wo wir sagen, boah, ich bin sprachlos. Ich brauche den bei ICON6. So, es geht nicht ohne ihn. Zum Beispiel Chebab damals, diese Waschrasse. Er hätte sofort einen bekommen. Ja, das war krass, Bruder. So. So. Sag mir, wohin soll uns da Wege fehlen? Wege fehlen? Sag mir, wohin soll uns da Wege fehlen? Wege fehlen? Sag mir, wohin? Kein Schlaf, verdient du nie auf die Gift ist. Voller Haus und gefangene Mädels. Fokus von denn, es geht nur um Business. Es wird die Zeit nie mehr geben. Sieh, der Schatz, meine Weste ist nicht fest. Sag mir, wohin soll ich reden? Ob im Ofen, der Zeigehof zweifelst. Ich will dich wehlen, wir doch kann nicht vergeben. Nachts unterwegs mit den Brüdern am Blut. Während Mama der Himmel allein für mich kommt. Sende noch Sende, doch betet sogar. Da ihr fragt mich, wie lang geht das noch? Meine Hände voll Blut, wenn mein Bruder mich hofft. Läpfe immer am Block, wir sind nicht wie du. Meine Hände voll Blut, wenn mein Bruder mich hofft. Ich find's okay. Ja, ist okay. Das ist mit so. Aber für den Code wäre es mir zu wenig. Aber es ist eine sympathische Seite, mit der er da zusammengearbeitet hat. Aber irgendwie denke ich, dass er sympathisch ist. Bestimmt. Aber auch so die Lyrik auf Türkisch. Oder wenn du dich auf Türkisch schon draußen nimmst, ist das schon krass. Ja, ja, ja. Das musst du Bayern nicht. Ja, ja, ja. Boah, sehr kurz. Aber der Mix war nicht so clean, Bruder. Ja, auf den Mix dürfen wir nicht achten. Ja, nein, 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 aber es macht trotzdem irgendwo viel aus. Natürlich, aber du musst ja... Nein, nein, guck mal, warte. Er war cool. Ja. Aber ich kann jetzt nicht dazu viel sagen, so, weißt du? Also, wenn er sich bewerben sollte, soll er darauf vielleicht achten. Klar, er hat vielleicht nicht das Geld oder die Möglichkeiten. Normal, du hast recht. Aber wenn er sich dann bei Akin bewerben sollte, soll er dann vielleicht darauf achten. Wäre cool. Also, ich sag so, er hat auf jeden Fall was. Ja. Er soll sich bewerben. Ja. Ja. Aber wenn du mein kurdischer Landsmann bist, mein Bruder. Wir halten zusammen, aber wir müssen auch ehrlich zueinander sein, Bruder. Das war es nicht, ja. Für den Code leider nicht. Und am Ende hattest du zwei, drei Taktfehler. Ich finde auch so die Performance an sich sehr langweilig. Also, so die ganze Zeit so, weißt du? Und auf diesen Sound muss der Bruder, der muss, weißt du, der muss platzen, Bruder, weißt du? Und nicht dieses... Also, leider zu mühsam. Der mit dieser Maske. Der? Ja. Rote Maske. Was ist? Weil dieser Maske sehen. Rapper seit zwei Monaten. Ja, okay. Ich habe Spaß gemacht. Das ist diese... Yo, Riggi, ey, lass mal Motocross fahren, ey. Wala, als das Kleinwasser... Also, dieses Bild Kleinwasser... Das habe ich damals bei Go-Kart getragen. Diese Maske. Ich sage, das ist bei uns MC. Guck. Ja, Mike, du weißt, was es heißt. Die Stimme wird heißen, denn nicht der weiß. Es vorbei, ich baller die Lines und feg deine Rhymes, weil es zu leicht... Yo, Diggi, ey, die Rhymes. Loco, loco. Auf Lock, Diggi, Rhymes. Rhymes, deine G. Ja, oh, GT auf die 1, ey. Das ist Knochen-MC. Dann bist du weg, ich komme mit der Heck und klaue dein Crack und das ist mein Feinde. Wie ein Besteck. Ich habe keine Angst vor dir. Willkommen im Viertel, willkommen im Revier. Willkommen, wo man nichts hat. Willkommen bei uns, was ich hier in den Karten grauen Wänden springt. Erst geht's ums Überleben, dann Sempeträge. Dann Kilotonnen und Menschenleben. Doch eins geblieben, die Gelsliebe hier im Viertel wirklich schießen. Yo, ey. Luca, ey. Du haust die Moves, oder? Bist du dich am chillen, ey, ey. Diggi, ey, ich wusste ja nicht, dass du so sauer bist, ey. Guck mal, der ist auch... Boah, du hast bestimmt so einen Korrekter, ja. Wallah. Wallah, du hast bestimmt so einen Lieber. Der ist maskiert. Hä? Der ist maskiert, aber der hat nichts falsch gemacht. Wallah. Geht's ums Überleben, dann Sempeträge. Dann Kilotonnen und Menschenleben. Doch eins geblieben, die Gelsliebe hier im Viertel wirklich schießen. Ich hab die Maske auf, dass ich keinen erkennt. Oh, dieser Bulli... Wallah, hast du nichts falsch gemacht, Bruder. Egal, cool, Bruder. Wenn ich wieder vor dem Rennen war, in der Tasche sind viele Zents. Ich hänke und teile für mehr als ein paar Cent. Der Kommissar sucht mich schon seit Tagen, doch hier im Viertel kennt niemand meinen Namen. Der Kripo hat immer mehr Fragen, doch die Glocke... Hier im Viertel kennt niemand meinen Namen, ist das nicht? Eher dann nachteilhaft, so. Was denn? Hier im Viertel kennt niemand meinen Namen. Ist das nicht sogar... Ja, jeder kennt deinen Namen, weil du krass bist. Ja, ja. Bei ihm im Viertel keiner kennt seinen Namen. Ich wollte ja einfach ehrlich sein. Der ist verdäck, Bruder, der ist verdäck. Keiner kennt den. Keiner kennt seinen Namen, Bruder. Also mit Bones MC war jetzt nicht gemeint, Leute, bevor ihr falsch denkt, dass der so... Also Bones MC ist ein krasser Künstler, aber eher wegen seiner Locken und so meint ich. Oh, Niagara, Bruder. Oh, schon eine harte Nummer. Oh, kennst du das? Wallah, Billah, ich hab einfach ge... Du bist tot, Bruder. Wir sehen uns auf TikTok. Oh, ach, das... Wir sehen uns auf TikTok. Wallah, ich hab gerade überangst. Wallah, ey. Wir sehen uns auf TikTok, okay? Was war dein... Nein, nein, nein. Warte. Wieder mein Sturz, komm mal her. Sag ihn mal. Wir sehen uns auf TikTok, mein Bruder. Warum? Er ist... Was war dein meistgestreamtester Song von Aiken? Alakar. Alakar, Kokashem. Ich glaube, aber... Guck jetzt, wie der diesen Song kaputt macht. Deine eigenen Freunde werden dich mit diesem Sound jetzt auseinandernehmen. Nein, nein, nein. Warte. Oh, schrecklich. Du mir eingefallen. Warte, ist das Kellertsreaktion zu dem Song? Oh, die wieder Musik. Du bist richtig scheiße. Oha. Hat der so gesagt? Das hat deine Zeit... Oh, das ist ja... Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Oh mein Gott! Ja, Mann, hast du das gemacht, ja? Aller klar, der Beut ist so, Bruder, mit Zahnen. Ey, Bruder, ja, du hast echt reingeschissen, ja. Boah, Bruder. Aber wieder jede zweite Sekunde, die... Finger. Ey, ach du Scheiße, Alter. Du bist so ein Dreckiger, wenn du das siehst. Warte, deabonier mich, blockier mich. Ach du Scheiße, komm, die Tränen, Bruder. Oh mein Gott, Alter. War der Scheiße, ey. Ey, Bruder. B**** Block, blockierte Unkong Soda. Nebeler, Vita Loca. Lotlos, mein Telefon. Hustray Sift, kommt aus Holland. Mit am Jazz spiel ich Poker. Am Boing, klebt ein Teleskop. BMW F10 ist voller Drohgas. Wacken, grüten, grün wie Yoda. Im Dragsuit, Dondor. Amora, tranquilo, aufs Nuss. Zähl ich mein Fluss. Mom, der beschickt News. Mir fällt die Geduld. Und auch die Vernunft. Denn bei Unchained, Clans, Bader. Kunden schreiben sie, you later. Pack den ganzen Tag wieder heißer. Bleib zentral, so wie West High Snider. Nimm ihn zu Tichet ab. Hinter Maud die Lenkrad. Catch ich mein Paper. Ah, yeah. Toch runter, so wie Kabeb. In meinem Koffer kommt Plastik. Voll mit Schdaf. Le Monde d'Orient. Bleib wie mein OCB-Klassik. Suntin Dior, La Creme. Guck zum Mond. Le Monde d'Orient. Denkt ihr, live? Bruder, der klingt ganz anders. Da ist auf einmal einer, der rappt zu und kommt dann so. Ja Bruder, warte, ich weiß nicht. Der schreit. Guck mal, das ist so wie. Und klingt dann mir so ein rascher Bruder. Bruder, danach der schnitt. Der macht einfach Mario, what? Mach der Dings, Bruder. Mario Level 6, Bruder. Wie er auf diese Dings springt. Diese Effekte fand ich cool. Ich fand ihn auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich glaube, live hört er sich anders an. Ja ja, safe. Ganz anders. Weil da waren Effekte drauf. Dies und das Bruder, ich weiß nicht. Ja. Also für'n Coach schwer. Aber Brudi, bewirb dich. So. 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 So.